Ich bin Detektor Shepard, da sie die einzige Zeugin des Vorfalls waren, wie war ihr Verhältnis zu ihrem Vater? Wir standen uns nah. Ich muss rausfinden, was er mir gesagt hat, bevor es passiert ist. Diese Dinger sollte man am besten ruhen lassen. Als ich noch im Krankenhaus lag, hast du da irgendetwas Komisches gesehen? Kam dir irgendwas seltsam vor? Erst waren es nur Kleinigkeiten. Ich habe gedacht, ich bilde sie mir ein. Sie sind Wiedergänger. Verlorene Seelen, die nicht in den Himmel können. Ich glaube nicht an den Himmel. Sie haben sie als Ziel ausgesucht. Wissen Sie was über die Leute, die vor meinem Dad hier gewohnt hatten? Worum geht es hier? Hatte jemand von denen Kinder? Die anderen Kinder haben mir erzählt, der Sackkopf wollte ihn. Sackkopf? Ich bin davon überzeugt, dass das die Person war, vor dem die Kinder Angst hatten. Sackkopf? Warum sollte mein Vater sowas tun? Was hat er vor mir versteckt? Je weniger sie wissen, desto besser. Nein, bitte nicht! Nein, bitte!